Ich wachte auf, es ist 10 Uhr. Heute ist Montag und Am ersten habe ich Frühstück. Ich mag essen Getreide mit Schokolade. Sehr, sehr gut Getreide. Bruder Bill packte Autos. Nach dem Frühstück schaue ich Fußball. Gut, gut Tor. Es ist ein gutes Spiel. Es ist Manchester mit 1-0 gegen Arsenal. Wenn ich Zeit habe, mache ich meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgabe für ein Business Class. Jetzt bin ich das Videospielen auf der Playstation. Es macht Spaß. Ich habe eine Stunde lang gespielt. Ja, Faris? Ja. Jetzt werde ich Fußball spielen mit meinen Freunden gehen. Es ist ein schönes Tag. Nichts. Nichts. Farc und Wetter. Gute 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 Musik. Angekommen. Es ist ein Frühstück für Fußball. Kinder spielen Fußball. Wir sind bei Samson und Frau Bomen ist eine Schlecklehrerin. Wie geht's, Mann? 5.30 Uhr und wir spielen immer noch. Ja, Fußball. Jugo. Es ist gut, gut. Ja, gut Fußball. Ja. Zwei Goal. Ja, zwei Goal. Tor! 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 Ja! Fertig mit Fußball. Ja, Ibro. Jugo. Ja. Berries. Und Stefan. Die beste Fußballmannschaft der Welt. VfLB. Meine Mutti macht das beste Essen. Abendessen. Spaghetti. Sehr, sehr gut. Ich schlafen gehen. Meine Zahne putzen. Ich. 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 schlafen